Torchlight 2 Dann kommt ihm bestimmt so ein richtig krasser Boss Ich habe hier meinem Tier mal so eine Prisma Muräne gegeben Die hat 25%ige Schocks Okay, hatten wir da oben schon alles? Frittische Treffer Wie da oben schon alles Da wo wir hellbekommen sind Ja da oben, auf der Etage Höhe, hatten wir da schon alles? Das sah da noch aus Okay, ich weiß nicht ob da noch ging's dann Meinst du nicht, dass da hinten noch so ging? Ne, da ist aber so Was ist das für ein Scheiß hier? Was ist ein Magier? Magier? Ich seh, ach da hinten ist ein Skelett Magier, okay Jetzt ist er schon platt, ne? Was ist das für ein Ding? Ja klar Kann man da drauf gehen? Das war ein Portal, super Was ist das für ein Ding? Ein Einweg-Portal aber, ne? Ja, ein Geheimnisvolles Skelett Oh, das war ja irgendwie klar, dass wir jetzt Den Endgegner haben, oder was? Den Endgegner haben, oder was? Hätte nur ein Schild, deswegen haben wir den schon gemacht Oh, 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 oh Da kommt aber jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, Mordbox Hallo du da, wer bist du? Hey, mit Füße aufstammen gibt's hier nicht, ne? Du bleibst dir mal nicht an Du bleibst dir mal an Ich glaube, ich hab noch keine Sprüche Bleib dir mal an Der hat aber viele Gefolge, ne? Ja, den musst du ja auch angreifen Was sagst du? Ich muss mal angreifen Ja, weil, ich soll doch nicht angreifen, was ich mir gerade gesagt so soll es angreifen und nicht so wie gespricht ja jetzt hat er mir einer geklatscht diesen magier den muss ich noch loswerden aber der ist fußkrank ne der ist total lahmarschig so der magier ist doch na immer schön im kreis laufen hey der hat mich angesprochen nochmal geht's noch hast du da wenn man auch wieder welche das ist ein entgegner ist kein einfacher kampf das denke ich mal aus der entgegner lief sein kram m waaah ja ich mach den in der zeit ist abgeschlossen mein inventar ist voll mein inventar ist das muss ich doch glatt das inventar erstmal auf mal gucken was wir für einen aufgesammelt haben der wegschmeißen können gift ring weg so gibt es hier noch was schickes nennen wir müssen wahrscheinlich in der truhen oder sonst nennen musst du gucken ich will dass man was ich gerade gekriegt habe aber das kann ja später machen muss mit seinem neuen so dass kohle zum level ab und so kann man machen was was das nur für ein set an keine ahnung nicht musste man rüber gehen meine gegenseitig werden was erlten muss ausrüstung wo ich weiß nicht selbst selbst steht dem ex-wunsch mit oder das ist so ein ich habe ein set im inventar meine ich mehr oder so ist er oft und auf okay und gewaltig nur ich wollte gerade mehr fokus geschickt was kann man steigern ja wahrscheinlich du erst mal vitalität oder wie das heißt vitalität genau wie viele stufen kann ich den hoch machen wo steht das denn hat die gute 33 da hast du noch nie was gemacht voll cool kann ja ordentlich zulegen stärke ist vielleicht auch noch ganz wichtig oder geschickt machen wir mal ein bisschen höher und fokus weil das magie schaden bräune oder ich weiß nicht ob geschickt auch geschickt auch brauchst kann ich schaden jetzt habe ich noch zwei punkte und die nämlich einen da und einen da also kannst du bestätigen nennen oder so wo bist du da wo gehen wir hin warte hier ist ein tor okay die geister fest abgeschlossen warte da ist noch nicht ach nee das ist mein gepäck ist voll ja mein gepäck ist voll wir sollten wieder was verkaufen ha 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 wo bist du kannst du auch noch was zu deinem in deinem begleiter packen das weißt du ne ach ja stimmt und der ist wo zu finden einfach shift klick auf die items was möchte ich denn da jetzt arcan werte ne die würde ich gar nicht shift klick auf die items ja ins charakter ins pad aber ich habe steuerung gedrückt alles klar passt schon gut der kriegt erstmal diese ganzen sockel gegenstände zauberstäbe so reicht erstmal nächstes mal machen wir das außerhalb ich bin weg ich habe schon was eingesammelt wo wird denn alles reisestaffel jetzt auch noch mitgenommen wurde das nicht mal so angezeigt das ist bei mir alles aus links neben der waffe ist eine lupe also jetzt ist da kommen sofort ich muss nur gerade noch mal zurück ich habe die lupe mit mich vergessen nicht dass ich hier noch schade vorhin haben wir bestimmt noch so richtig tolle sachen gehabt da kommen den gift ring nehme ich jetzt auch noch mit so jetzt ins portal oder was du bist schon weg ne weißt du soll ich meinen begleiter was geben was werte meinst du oder was ja ach so da habe ich jetzt vorher gar nicht nach gedacht dass man den aufsteigern kann wenn die kamen steigern aber man kann jemand als man auswählen so na denn ach komm kann ich schaden ladebildschirm dauert wieder für täglich lang da sind wir ach hier sind wir jetzt angekommen wo bist du zum rück ins lager ne ich habe hier hier stehst du ok was haben wir denn hier ok da muss ich jetzt was machen ja du musst eine belohnung auswählen ach so ok drei belohnungen was ist das hacker fähig 80 schaden pro sekunde was sind das für ein ding zwei händler oder was seltene axt steht da drunter ok ob das ein oder zwei händler und wahrscheinlich ein halsband seltenes halsband genau 30 eispanzer drüber gestohlen tja ach so das war deine frage eben hm mhm schaden pro sekunde 68 der macht ach scheiße was ich glaube ich gebe mach das mit meinem begleiter hab ich auch gemacht kann nicht schaden ja gut quest abgeschlossen und nun ich hab meinen begleiter in die stadt geschickt bitte deinen begleiter hast du in die stadt geschickt alles klar ja ich hoffe mal derzeit einkaufen die wichtigsten sachen weg gleich ja deswegen hab ich nochmal zurück geholt ok so wo geht's weiter nach der unten ne warte mal ich schmeiß hier mal den Rest rein oh hier sind Zelte ja da noch einer wohnt ich glaube das ist ein verlassenes dorf und eine sackkasse ist es auch alles klar kann wieder raus haben da waren wir schon da hatte ich schon die gegner getötet bei mir aber nichts angezeigt deswegen wahrscheinlich war ich alleine da war ja aber ich weiß es nicht bevor wir jetzt weiter gehen darf wir das nicht nächste folge vielleicht machen oder warst du auch schon hier überall ne hier war ich noch nicht ne warst du noch nicht hier geht's weiter hoch da geht's in deinem schon ne wir können ja bis zum stern vordringen ja oh da ist einer da müssen wir anreffen ok da war einer ich hab jetzt hier oh 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 was da olvin hast du mit der fischlaterne achte ich hab die angemacht jetzt kommt er im boot jetzt kommt er im boot ja aber wie ist jetzt olvin ah ein geist hört mir zu wir haben eine neue quest ja das ist eine einsame seele der will rache mhm nehmen wir es an, wa da können wir dann ihr habt eine quest bekommen das machen da können wir hier die jetzt hab ich ein tor du auch ja stufe 8 bis 11 ist das aber ich würde jetzt sagen das machen wir jetzt nicht das machen wir nächstes mal oder genau jetzt gehen wir im Prinzip zum lager und werden da mal aufräumen und ja dann schauen wir weiter oder genau ich weiß gar nicht wo es lang geht ich glaube hier oder mhm wo lang da nicht ne hier oben da ja genau dann links halten links halten andere links ach ich sehe hier noch nicht alles da war noch ein bisschen gold ok da ist der Kasse ja da ist das brutal da muss ich rein, wa so und dann zur Enklave genau dann werden wir jetzt unser Inventar aufräumen in dem Sinne genau das machen wir aber ohne euch Zuschauer das machen wir alleine oder braucht ihr ja nicht zugucken ist ja voll langweilig und dann gehen wir oder sehen wir uns nächstes mal denke ich mal vor dem Portal wieder, oder? genau vor der Quest oder nee wir gehen ins Portal rein weil dann gibt es noch ein Ladebildschirm dann braucht ihr den auch nicht angucken wenn wir reinkommen genau ok dann war es das mit der siebten Folge recht herzlichen Dank fürs zuschauen wir würden uns freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss